So, Tier 3. Wenn ich jetzt sage, ich habe jetzt hier nochmal, dann brauche ich jetzt hier nochmal. Och, ist das jetzt nicht dein Ernst? Tier 3, Tier 2. Hallo? Tier 2. So, ist doch jetzt hier nicht... Nein, so, ich brauche jetzt noch ein Tier 1. So, dann habe ich jetzt hier nochmal Tier 2. So, dann haben wir jetzt Tier 3. 40 Stück. 40 Nether Stars, kein Problem. Wir hatten über 200. Warum ist gerade die Reihenfolge so komisch? Achso, ich bin ja hier in der Mitte drunter. Ist ja Blödsinn. So, hat er sich bloß gemerkt. Okay, wir haben jetzt 40 Blöcke. Struktur. Wir brauchen 81 Solarzellen. 81 Stück. Solarzellen. So, wir haben nur 62. Alles klar, wir brauchen also noch 19. Na super. So. Eins. Zwei. Und drei. So, haben wir denn hier alles noch? Ich glaube, Clear Glass haben wir noch ohne Ende. 81 brauchen wir. Also, jetzt nochmal 17. Das sollte jetzt wahrscheinlich... Oh. Genau reichen. So. Haben wir auch. Wir haben 81 Solarzellen. Wir haben 40 Strukturblöcke. Was brauche ich jetzt noch? 8 Modifier-Cores. So. Halt. Modifier-Core. Gibt es denn hier eigentlich noch? Works on ore miner. Resistant. Ja, braucht man jetzt nicht unbedingt. So. Dann haben wir die 8. Ist doch... Ein Träumchen. Ein Träumchen. Ein Träumchen. So. Können wir jetzt ja hier tatsächlich irgendwo richtig fett Strom generieren? Welchen Platz brauchen wir eigentlich dafür jetzt? Könnt bestimmt ein bisschen was größer sehen. 11 mal... Also, 11 mal 11 brauchen wir. Oh. Wir hatten ein paar mehr. Auch gut. Dann haben wir halt ein paar mehr. Äh... So. Wir haben die Hälfte vergessen. Die Kette nehme ich gerne noch einen Kondensator. Was haben wir denn hier? Wir haben Oktarischen noch da. Dynamisch. Na komm, dann nehmen wir halt einfach da von ihnen mit. Was sollt? Was soll der Geiz? Äh... Warte mal. Ich hab noch... Aber jetzt irgendwas noch vergessen. Solar Ray. Ach, Solar Panel 4. Das war es noch. Solar Panel... Tier 4. Und irgendwas war doch noch... Irgendwas war doch noch... Irgendwas war doch noch... Irgendwas... Ah, hier. Nee. Hä? Ich bin schon wieder verwirrt. Ich brauchte doch für irgendwas... Brauchte ich doch hier was. Aber die Frage war jetzt für was? Es ist unglaublich. Es ist unglaublich. Egal. Jetzt zieh ich hier einfach durch. Da müsste er jetzt... Da müsste er jetzt... Das ist mir jetzt... Ist halt so. Okay. Also ein Solarmodul 2 brauchen wir noch. Also brauchen wir... Ich tatsächlich nochmal... Wirklich bis Solarmodul 1. Junge. Nee. Das war Quatsch. Was hab ich denn überhaupt noch für eins? Ich habe Tier 2. Das heißt, brauchst Tier 3. So. Okay. Dafür brauch ich jetzt aber hier von 2. Äh... Hab aber gar keine von. Brauche ich also nochmal 5 von den Solarmodul 2. Alter. Ist das ein Hin und Her. Halt. Das war falsch. Genau. Das wollte ich jetzt hier haben. Okay. Fünf... Hier. Zack. Wie viel kriegen wir davon? Drei. Super. Weil wir keine Bretter mehr haben. So ein Müll. Ich habe hier 54.000 Holz drin. Aber kein Brett mehr. Ach komm hier. Machen wir einfach diesen hier. Ist doch... Ist doch schon fast albern. Mann. So. Jetzt habe ich hier mehr als genug Holz drin. Leck mich. Also. Nochmal das neue. Solarpanel. Solarpanel Tier 2. Nein. Tier 3 brauche ich. So. Ich muss jetzt hier lang. Zack. Nein. Ich wollte doch genau anders. Mann. So. Jetzt haben wir es aber. Boah. Jetzt fehlt mir die Kacke wieder. Das ist doch alles nicht wahr hier. So. Die Spiegel. Natürlich fühlen wir die Spiegel. 1, 2, 3. Ich mache jetzt einfach. Ich krotze jetzt hier einfach alles voll. Wenn natürlich der... Das Spiel mitmacht. Hallo? Ah. Guck mal. Da kommen ja ein paar. So. Das übertreiben wir halt ein bisschen. Ist es eben so. Diesen hier. Äh. Diesen. Diesen. Ich weiß nicht wie viel wir davon brauchen. Machen wir mal ein Stack jetzt hier. Ja. So. Sehr schön. Machen wir diesen. Dafür müssen wir jetzt noch 5 auf alle Fälle machen. Denn wenn wir jetzt nämlich 5 haben. Können wir jetzt hier... Achso. Ne. Die waren zu viele. Ey. Jetzt fehlt mir das da. Ach. Komm. Machen wir ja auch ein Stack von. Warum? Genau. Weil wir es können. So. Komm. Weg da. Hallo. Hallo? Gut. Ist mir leider auch egal. Ähm. Ja. Jetzt fehlt hier wieder irgendwas anderes. Aber was denn? Okay. Wir haben jetzt hier ein Tier 3. So. Tier 4 brauchen wir jetzt auch noch. Ah. Jetzt ist er weg. Sehr schön. Brauchen wir jetzt theoretisch ja nur... Was ist das? Vibrant Alloy Block. 1, 2, 3, 4. Das ist schon mal gar kein Problem. Dafür brauchen wir jetzt noch so der Alarm-Modul 5. Ah. Guck mal. Ein Diablock haben wir. Na. Das ist auch schon mal schön. Äh. Wie viel brauchen wir eigentlich in Silvan? Wir brauchen 2. Wir brauchen davon 6. 6. 6. 6. Photovoltaik-Quelle 3. Genau. Sehr schön. Klappt natürlich super. 6. Haben wir auch nicht. Haben wir überhaupt ja was... Man, man, man. So. Machen wir hiervon einfach mal... Ja. 6. Glaube ich. Brauchen wir davon. So. Machen wir den hier. Das sollte das jetzt eigentlich auch... Quatsch. Das sollte das jetzt eigentlich... Wesen sein. Äh. War die falsche Stufe. So. Genau. Jetzt haben wir die 6. Und dann müssten wir jetzt ja die hier auch haben. Weil Diablöcke sind ja... Gar kein Problem. So. Dann haben wir nämlich hier... Tier 4. Genau. So. Dann brauchen wir jetzt hier... Redstone-Lampen. Brauchen wir... Jetzt sag ich mal hier... Komplimenten-Glowstone hier. Äh. Davon brauchen wir aber gerade mal... Zwei. Richtig. Ne. Hätten wir einen gebraucht. Warum? Ah. Weil wir zwei ja rauskriegen. Genau. Nur ist ja noch besser. So. Dann machen wir einfach nur eine. Ist mir doch auch recht. Was fehlt jetzt hier wieder? So. Das haben wir. Block of the... Was? Ein Diamantblock. Ja. Wo ist das Problem? So. Vier mal Solarmodul 4. Welche haben wir eigentlich noch? Solarpanel. Modul. Wie viel haben wir denn hier? Drei. Und eins. Oh. Solarpanel. Okay. Also. Wir haben ein paar. Wir haben ein paar. Ähm. So. Vier. Drei. Da. Dann Zähne. Reicht aber nicht. Eigentlich ist mir das gerade total egal. Ich mach jetzt hier einfach von vorne angefangen. Fünfe. Das ist aber auch nicht so viel. Das ist tatsächlich auch nicht so viel. Äh. Da wollt ihr kennen. Genau. Ähm. Zwei. Gucken wir mal. Wie wir jetzt hier rauskriegen. Auch nur zwei. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. So. Haben wir drei. So. Was sagt er denn hier? Haben wir natürlich gar nichts von. Auch toll. So. Machen wir noch ein paar Uhren. Ich hab nur keine Ahnung wie viele Uhren ich brauche. Machen wir einfach mal acht. Egal. Egal. So. Eisenblöcke dürfen wir auch keine mehr haben. So. Nehmen wir uns hier einfach mal ein paar raus. Gucken wir mal wo die Reise hingeht. Alter. Ja tut mir eigentlich auch leid. Dass ihr jetzt so zugucken müsst. Aber das ist halt eine absolute Crafting Folge. Kann ich aber nicht ändern. Oh. Gehört schließlich mit dazu. So. Tier 3. Jetzt brauche ich aber noch diese Photovoltaik. Photovoltaik 2 brauche ich jetzt noch. 1, 2, 3. Ja. Keine Ahnung. Machen wir mal 12. Könnte das sein. Oder auch nicht. Ah gut. Dummerweise kriegt man mal gleich 2 raus. So. Photovoltaik 2. Solarmodul 3. Zweimal Solar. Ist nicht dein Ernst. Alter. Das ist nicht dein Ernst. Jetzt müsste man hier wirklich tatsächlich Autocrafting haben hier. So. Wir gucken mal was wir hier noch an Solar drin haben. Das ist nix. Das ist tatsächlich nix. Es ist unglaublich. Was kriegen wir denn hier noch raus hier? 26. Warum? Willst du mir erzählen, dass mein Holz schon wieder alle ist? Nicht Halo. Ach nicht. Was schreibe ich denn hier? Ey. Ich bin. Ich hab doch gerade stackweise Holz gemacht. Ich hab doch eben gerade stackweise Holz gemacht. Oder? Oh. Ja. Machen wir jetzt hier halt wieder alles voll. Gar kein Problem. Wo ist das Problem? So. Äh. Solar. Fangen wir wieder von vorne an. Gar kein Thema. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So. Was ist denn das hier? Was ist doch denn wieder alles? Ich hab doch alles voll gemacht hier. Man muss hier nur klicken. Ey. Das ist ja ein Spam. Ein Linksklick. Spam. Könnt ihr euch gerade nicht vorstellen. Also eine ganze Folge hier nur auf dem Crafting-Menü zu gucken. Oder Crafting-Feld zu gucken. Ja. Was jetzt? So verdustelig quatschen kann ich gar nicht. Also kann ich eigentlich schon. Aber hab ich im Moment gerade nicht wirklich Ambitionen zu. Da. Gib mal hier. Ein Inventar voller. Hä? Ich hasse dit. Ich hasse dit. Ich hasse dit. Aber ich glaube ich werde euch jetzt trotzdem entlassen. Weil dit ist jetzt wirklich echt nicht mehr. Nicht mehr feierlich. Wenn ich hier tatsächlich. Durch. Weg. Da. Dit sind 10. Dit kann ja nicht sein. Guckt euch dat man. Ich hab hier. Doch eben gerade. Ne. Hab ich nicht. Die Dinger wollte ich noch machen. Die hab ich ja nicht gemacht. Ähm. Wat wollte ich sagen. Und nicht lügen. Genau. Also wirklich ne ganze Folge. Hier nur aufs Crafting-Inventar kicken. Hab da tapfer durchgehalten. Kann ich nicht sagen. Aber. Ne. Ich mach dann dit so la. Ihr seht ja hier. Ich hab ja Materialien alle da. Dit werde ich dann einfach. zur nächsten Folge. Ähm. 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 Vorbereiten. Dass wir dann zusammen. Hier kann der schon wieder was weg. Dass wir dann wirklich zusammen. Äh. das Ding aufbauen. Also das Tier 4 hier. Und den. Leckt mir doch die Fett. So. Ich mach mal ein Schild. Eine Erinnerungsschild hin. So. Zack. Und her hier. Solar. Nein. Muss ordentlich sein. Solarpanel. Tier. 4. Gut. Stimmt eigentlich nicht. Aber. Egal. Ich weiß was ihr meint. Gut meine Freunde. Eine. Für mich doch wieder etwas längere Session. Also. Ja. Ich hab schon längere. Aber. Haben wir erstmal ein bisschen was geschafft. Läuft doch. Sehen wir uns. Morgen wieder. Bis dahin. Und. Tschüss.